Favre warnt vor Villarreal. Borussia Mönchengladbachs Trainer Lucien Favre geht mit großem Respekt in das erste Europa-League-Spiel am Donnerstagabend gegen den FC Villarreal. Besonders für die Defensive der Spanier findet er lobende Worte. Es ist eine gute Mannschaft, keine Diskussion, gut organisiert, sehr diszipliniert. Die hat nur ein Tor gekriegt nach drei Spieltagen, nach zwei auswärtsspielen und ein Spiel zu Hause gegen Barca. Barca hat das Tor neun Minuten vor Schluss gemacht. Das meint schon alles Qualität von dieser Mannschaft. Punkt. Ribery gefrustet. Franck Ribery vom FC Bayern ist nach seinem erneuten Verletzungspech reichlich gefrustet. Das kotze ihn an, sagte der Franzose dem Kicker. Ribery fällt derzeit wegen einer entzündeten Patellasehne im linken Knie aus. Wie lange, wisse er nicht, so der 31-Jährige. Benatia wehrt sich gegen Vorwürfe. Bayerns Neuzugang Medi Benatia hat sich gegen die Vorwürfe seines ehemaligen Arbeitgebers AS Rom zur Wehr gesetzt. Die Bosse des italienischen Hauptstadtclubs hatten Benatia nach dessen Wechsel zu dem Bayern eine schlechte Einstellung vorgeworfen und ihn als einen Lügner bezeichnet. Er habe solche Sätze nicht erwartet, sagte der Marokkaner nun. Er habe in Rom noch viele Freunde und zuletzt mit vielen seiner ehemaligen Mitspieler telefoniert. Die schlechte Person, von der alle sprechen, könne er also nicht sein, so Benatia. DFB-Team baut Vorsprung aus. Weltmeister Deutschland hat seine Führung in der FIFA-Weltrangliste minimal ausgebaut. Durch das 2 zu 1 in der EM-Qualifikation gegen Schottland verbesserte die DFB-11 ihr Konto auf 1765 Punkte und hat somit nun 134 Zähler Vorsprung auf Vizeweltmeister Argentinien. Erste Vorfolger der beiden Finalisten von Rio sind Kolumbien und die Niederlande.